Lassen Sie uns nochmal über die Waffensysteme sprechen. Die Angriffe der Ukrainer sind jetzt ja offenbar mit Heimars, Raketenwerfern erfolgreich unterstützt worden. Sind denn diese Waffensysteme, die ja aus den USA kommen, möglicherweise der Game Changer am Ende für die Ukraine? Sofern diese Waffen in der Lage sind, wirklich das Gefechtswelt einmal abzuriegeln. Wir hören ja immer von westlichen Experten, das heißt as long as it takes. Aber wir brauchen eigentlich für die Ukraine die Möglichkeit, ein Gefechtsfeld abzuriegeln von russischen Logistik, von russischen Verstärkungskräften. Und der Heimars ist möglicherweise in der Lage, taktisch ein Gefechtsfeld abzuriegeln, sodass dann die Initiative seitens der Ukraine erfolgen könnte. Sie haben da recht mit dem Game Changer. Sagt Reinhard Wolski, General AD. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolski. Herzlichen Dank, Herr Simon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.